Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und benedeihen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Schwer ist das Maß der Rohheit auszudenken, das es braucht, um einen Menschen zu kreuzigen. Schwerer das Maß der Schmerzen, das dem Herrn damit bereitet wird. Der Hass des Teufels bedient sich des Hasses der Menschen, um ihn zu treffen und zu zerbrechen. Stärker aber als aller Hass ist die Liebe Jesu, und keine Bosheit schwächt seinen Willen, die Welt von aller Bosheit zu erlösen. Herr und Heiland, bewahre uns, wir bitten dich, um des Hasses willen, den du erfahren hast, vor Hass und Feindschaft, damit wir nicht im Herz verfinstert, Werkzeuge des Teufels werden und anderen so wehtun, dass sie nicht mehr an die Liebe Gottes zu glauben vermögen. Führe uns alle aus der Haft des Hasses zu der Freiheit der Liebe, damit durch uns die Welt nicht schlechter, sondern besser werde. Amen.